Ausstellungsraum Drei-Boggen-Tor Vor dem großen Vaterländischen Krieg gelangte man vom Norden zum Kerninsel durch das im 19. Jahrhundert errichtete Drei-Boggen-Tor, das sogenannte Presta-Tor. Während der Kämpfe in Juni und Juli 1941 wurde das Tor beschädigt und Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts abgerissen. Das nachgebildete Drei-Boggen-Tor dient nur als Symbol des Einganges in den Vorkriegsalltag der Presta-Festungsbesatzung.